ja hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal ich hoffe euch gehts gut heute bin ich wieder mit einem Gast dabei der das letzte Mal, nein der letzte Video schon dabei war genau und zwar ja ist heute auch mit am Start und ziemlich staubig wie man hier sieht also etwas zu staubig und genau er ist heute auch mit dabei nein genau mein Vater ist wieder dabei hallo Gerne genau und er war letztes Mal einer der letzten Videos schon dabei und das Video hat jetzt schon über 200 Klicks oder knapp 200 Klicks also danke dafür auf jeden Fall das war eigentlich fast die Bestätigung dass das nochmal gemacht werden kann genau du musst den Gästen einladen ja genau also wir werden jetzt heute auf etwas ganz besonderes reagieren und zwar schauen wir uns an wie Leute auf Häuser klettern oder auf Berge klettern und das ohne Seil praktisch also alles ohne Seil so und ohne Sicherung genau wobei wir das Video selber definitiv noch nicht gesehen haben genau das muss man dazu sagen wir haben es selber nicht gesehen genau dann starten wir mal das Video ja du äh jetzt mit der normale Boulderwand hochsteigen ohne dass ich direkt das Bedürfnis habe runterzufallen ähm also das also das ist jetzt einfach so war ein falscher Griff und hurraigams ja Abflug ohne Sicherung und you see oder? das ist ja also das musst du mal gönnen das ist schon mal genau also das ist alles ohne Seil also man kann jederzeit runterfliegen das ist ja das oder meinst ob sie es flach gemacht haben da ist von der anderen Seite nur der ist auf dem Boden der grabt mich gerade auf dem Boden der grabt mich gerade auf dem Boden und die Kameraperspektive schaut so aus als wäre das praktisch äh genau ja genau ja also das ist schon ziemlich heftig das Study jetzt auch nicht enjoy eigentlich da klettern das ja gut das ist jetzt wieder leicht zum Beispiel ja ok also so der steht jetzt dieses Greenscreen wahrscheinlich ja der steht jetzt da irgendwo auf dem Boden und und macht gerade diesen hier fertig das schaut wirklich ein bisschen gegrinscreened aus ja aber ich glaub es nicht boah Junge was das ist Dubai oh mein Gott das ist Dubai das ist der Kayan Tower oder Kayan Tower boah Junge ich finde diese Dubai Kulisse so geil ich finde Dubai sowieso ist sowieso meine Lieblingsstadt aber er geht doch gerade ein Haus hoch und es juckt einfach keinen und er geht einfach da ohne Sicherung hoch halt denkt so ja ich habe jetzt mal ganz neben gelebt so schaut ja schon aus auf dem von 90 und also denkt sich so ja wenn ich roter falle ist halt schon ist ja egal ich mein ich habe jetzt gerade überlegt ob der in das Wasserbecken reinfallen würde aber das glaube ich ist erstens mal daneben also schon mal scheiße sehr daneben und wahrscheinlich ist das gerade so wie das ausschaut einen halben Meter tiefer oder was also das würde jetzt gar nichts bringen also das würde mich nicht so schauen gell also auch ja gewagte gewagte Sache ich meine mir ist schon klar dass die topfit sind diese Typen aber ohne Sicherung ohne Seil ja also einfach nur ausrutschen mit zwei Fingern oder mit dem Fuß und man hört eigentlich auch irgendwie nichts dass da ständig ein Abstürzen vor kurzem ist ein Free Climber abgestürzt das weiß ich sogar in Amerika glaube ich irgendwas war da irgendwo habe ich was gehört aber man hört es extrem selten also ist das scheinbar eine sehr sichere Sache ja man muss ja schon sicher sein dabei glaube ich also klar was man da tut das Kleiner also wenn du einen Fehler machst du darfst keinen einzigen Fehler machen und das wäre mir schon viel zu viel zu Druck ja du darfst keinen einzigen Fehler machen wenn ein Fehler ist entweder du überlebst das oder vielleicht kannst du das auch mal eingeben da gibt es doch in China gibt es auch so extreme wo Touristen drüber gehen wo es ewig weit runter geht ich weiß aber nicht wie das heißt ich lass mich mal googeln dann schauen wir uns das mal an gut die haben uns alle gesichert aber da kannst du dann als Touri genau da so so was machen ja nur zur Erklärung also das sind jetzt irgendwelche Touristen die da lang gehen mitzahlen diesmal und genau schau mal irgendwo rein richtige 1970er Aufnahme boah Junge aber selbst das sind irgendwelche randoms umgeklettert oder halt das klingt schon ja schau mal das grafen ja lecker das musst du dir jetzt gönnen wenn du da wirklich selber drauf stehst ich mein jetzt schaut mir das mal so an ja ok aber wenn du da echt selber bist und vielleicht auch noch Höhenangst hast also was geht da dann vor da war ich einfach nur froh wenn die Tour vorbei ist ja also das musst du schon ja das kannst du als Touri machen ja das kannst du als Touri machen ja das kannst du als Touri machen das kannst du als Touri machen das ist auch noch vorbei ja du bist natürlich besichert die ganze Zeit oder ja was machen die denn alle das bleibt ja die Steck das ist immer öfter als ein bisschen ja das ist immer krass weil du das ja komm Alter über Fisch also drauf ja ja gut, wir reagieren das noch einmal auf dem Video und zwar auf eine Prank-Compilation, was so Glas betrifft ja, jetzt kannst du am besten erklären so Brücken Glaswege, oder? auch wieder in China wahrscheinlich China Glas-Bridge-Crack-Prank-Compilation genau so eine Brücke ja, ihr werdet es gesehen ich habe sowas schon mal gesehen und da meinen die quasi das Glas bricht und kriegen halt die Panik also eigentlich nicht lustig also übelst aber zum Zuschauen natürlich spektakulär und ja, können wir es uns einfach nicht let's go Boah, Junge, Alter Boah, wenn er dann da runter drückt Alter, das ist ja, das bringt ja gar nichts ja, okay ja, gut das ist Boah, Junge, Alter was ist das denn? das ist das ist so, wie immer haben sie den Lautsprecher eingebaut die dieses Glas-Geräusch erzeugen Boah, Junge, was ist das? und das sind Bildschirme letztlich, oder? ja weißt du, weißt du, die haben ja Todesangst weißt du, das ist ja das ist ja brutal das ist ja voll arm eigentlich, weißt du schon die... naja, das tut mir super noch gar nichts passiert aber ich verstehe es hey hey der zählt nur mehr also das ist das Lachen im Hintergrund voll arm, ja, das schaut halt lustig aus voll arm eigentlich ha 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 wow, das ist lustig schleif uns direkt gleich aber das geht natürlich nicht, hat man nicht gewollt ja, aber schau jetzt so ein Freund hast der braucht keine Feinde nimmer ei, der Hund jetzt schauen wir mal mit der reden ja, mit der das ist ja auch viel ja, die wissen ja gar nicht nein, der weiß jetzt gar nicht, was da abgeht ich hoffe euch jetzt gefallen und ihr gebt ein Like und ein Abo ähm, genau heute auch mit unserem Special Guest war auch dabei und natürlich auch wieder mein Vater und genau ja Double Piece, habe ich gelernt vom Tanzverbot Double Piece, genau ja, Like, Abo und Glocke Glocke aktivieren vielleicht auch einen Kommentar da lassen und dann sehen wir uns schon im nächsten Video morgen hoffentlich am 19 Uhr wieder und dann Ciao, Ciao Ciao Ciao